ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halo ist der Master Chief Collection mit mir der MPR und da kommt ein Fettdamm angeflogen. Alter, was im Tempo. Oh. Verstecken. Oh lol. Nice. Ja gut, habe ich jetzt ein Problem. Na gut, das habe ich jetzt auch. Jawoll. Dabei sind dann zwar alle meine Marines abgekratzt. Die Allianz wird neugierig. Ich will meine Position nicht verraten, deshalb lenke ich ein paar Nachzügler zu euch um. Tut mir leid. Diese Pelicans sind eure ganze Unterstützung. Verstanden, man. Boah, wie scheiße das früher aussah. Warte mal. Da startet eine Gundel von den Türmen da. Überraschung, sie ist voll mit Allianzgruppen. Nice. Ich will wieder Menschenwaffen hierher. Nein, ich will die Sniper haben. Nicht Shotgun, ich will nicht Shotgun. Scheiß mal auf die Sniper. Ohne Spaß. Scheiß mal auf die Sniper. Shotgun, Alter. Shotgun Action. Habe ich einen Sergeant? Ah, ich habe zwei Marines. Okay. Okay. Halt dein Maul jetzt, ok? Halt dein Maul jetzt. Halt deine Maul jetzt. So. So. da Drecks, Drecks wieder gut zu trinken, Leute Moment Ah, lecker Ähm, ja gut Was? Ja, also die Luft abfallen und kein Treffen So muss das sein Oh, dieses Teil fällt auch zu uns Oh, erstmal wieder sinnlos ballern Hm, eine Tusse Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstanden durch irgendeine Katastrophe Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Kontakt! Wer was findet, der Anfall? Ja Ich glaub's nicht Komm, hat dein Maul Hat dein Maul Ja Ja Oh nein, der hat nicht mehr getroffen Jetzt hab ich keine Mundsum mehr Geil Äh, was machen wir denn jetzt? Ach komm Okay Guck 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 Das ist jetzt ein Witz, oder? Spass dir! Spass, das Magazin ist voll! Jetzt fahr doch weiter! Warte, sie bewegen uns auch nicht! Warte, sie bewegen uns! Das Ding bleibt stehen! Okay, sieht irgendwie komisch aus, okay, 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 wo sind meine Marine-Männer? Okay. Deine Mutti! Oh ja! Komm! Wow! Perfekt geworfen! Ganz ehrlich! Ist doch voll nice! Fick dich! Arschloch! Warte, jetzt kommt der Kale raus! Äh, komm! Und ich mein... Penis! Oh! Aua! Nein! Ich will kein Sniper! So! Ja, ihr auch! Oh! 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 So erstmal... noch die Sniper holen! Oh ne, oder? Oh ne, oder? Komm! Oh! 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 Lucha! Danke! Danke! So, wo müssen wir hin? Ah, da oben lang, hm? Gefährlich! Wir gehen da wohl runter! Außer ihr wollt schwimmen! Ich dachte, hier hoch! Okay, wohl eher doch nicht! Wo runter! Oh nö! Oh nö! Oh ne! Ach, ja! Oh! Ich kann das nicht mehr machen! Oh! 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 mal von Palanca, ne? klar, lauf bei ihm oh Gott, sieht aus wie so halb tot, einer mit dem Zombie so äh es ist nicht zu übersehen, dass da Gegner stehen, ja? ich habe das schon gesagt wieder hoch jetzt was meine Marines oh von hinten, ich wusste es ich wusste es es war's komm her komm her komm der, ich muss gebrücken ich weiß, wie hieß noch ein Zoldalite ich weiß es einfach, komm her wo ist der jetzt hin? oh oh Das war's. Das war's. Das war's. Aua, 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 Laufen, 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 Laufen Lieber alle Wichs-Geltner drumherum töten, als Als alles drumherum hier nicht zu töten Lass mal alles abschlachten Ich weiß nicht, was er Wie kann er das denn überleben? So, und ich mach so viel halten die Hand da aus. Ja. Aua. Ich hab keine Unnötung mehr. Alter. Ja, hier für beide meine Sachen keine Unnötung mehr läuft. Ich sehe jetzt nur, ob ich jetzt rausgreifen kann. Hm. Ja. Da machst du nix. Äh. Da hab ich gerade keine Schnitte gegen die. Und mit keine Schnitte meine ich echt keine Schnitte. Die geben mir gerade richtig hart, diese Hunter. Ich glaub sie haben mich verloren. Äh. Wo sind diese Missgebunden? Irgendwo im Untergrund, oder? Mami. Ich hab keine Chance, ich hab keine Chance. Komm doch. Alter. Mehr. Ich krieg die nicht tot. Ja. Leute, ich weiß es leider nicht, wie ich das jetzt machen soll. Wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin. Einer ist down, ich glaub's nicht. Ach. Endlich. Endlich. Endlich ist einer down. Ach. Mann. Nein. Nein. Ich bin zum Spiel. Dafür wirst die Menschen gegangen. Wissen alle. Das glaub ich nicht. Das glaub ich nicht. So, wo zum Teufel muss ich denn jetzt lang? Wissen. Wissen. Ich bin hier. Gut. Alles schön und gut. Nur wenn ich hier lang geh, komm ich hier wieder. Komm ich hier wieder. Auf der anderen Seite raus. Vielleicht irgendwo im Untergrund raus. Hier oder so. Nein. Oh, jetzt ein Karabiner. Oder hier. Und dann hier. Alter. Kratz jetzt ab. Scheiß Krunt. Da. Da warst du lange noch unsichtbar. Nicht. Ich hatte jetzt gehofft, da kommen jetzt Waffen. Irgendwie. Hier ruckelt gar nichts. Es ruckelt schon leicht. Etwas. Ein bisschen. Okay. Leute. Ähm. Jawohl. Hab ich gesagt, das ist für eine Folge jetzt mal. Juhu. Das hab ich. Leute. Hau rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik. Musik. Musik.